Hoi miteinander, mein Name ist Metin Kajar. Ich biete dir online oder in meinem Studio Kampfsport oder Kampfkunsttraining an. Individuell auf dich anpasst. Wenn du in meiner Schule auf die Wand schaust, siehst du verschiedene Längen der traditionellen Waffe. Lange, mittel, so wie eine kurze. Es gibt so viele verschiedene Bedürfnisse. Der eine hat immer schon den Umgang mit dem Schwert lernen. Der andere hat in seiner Kindheit Kampfsport praktiziert und möchte wieder einsteigen. Der dritte fühlt sich eingegängt, mit der ein Kampfkunst du praktiziert und möchte gerne das Repertoire erweitern. Oder noch andere suchen etwas, was ich abstellen kann. Dann gibt es Leute, die nicht mit der Waffe trainieren möchten, sondern die etwas mit dem eigenen Körper machen wollen. Für alle dir und noch viele andere habe ich das ideale System entwickelt. Ich arbeite in verschiedenen Altersgruppen zusammen. Von Kliegkinder über Jugendliche bis zu Erwachsenen. Ich gebe Einzeltraining, Gruppentraining sowie Seminar. Was mir Freude macht, ist, wenn ich die Leute nach ihren Bedürfnissen trainieren kann. Auf was ich immer in meinem Training achte, ist, dass die Leute mit einem Lächeln gehen, damit sie die Lebensfreude nach außen tragen kommen. Ich bin mehrfacher Weltmeister in den verschiedenen Disziplinen vom Kampfsport. Ich bin Gründer von meinem eigenen System, den ich Budokan nenne und Vertreter einer japanischen Organisation. Ich bin ein leidenschaftlicher Filmemacher. Unter meinem Namen Metin Kaya wirst du einige Filme von mir auf YouTube finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich bei mir über WhatsApp melden könntest. Dann könnten wir herausfinden, was für dich das beste Trainingkonzept ist. Natürlich ist das Gespräch kostenlos. Du findest meine Kontaktdaten unter meiner Homepage www.metinkaya.com Ich freue mich, von dir zu hören. Um, dass ein i respiratory dann eine Homepage von mir auf Facebook wird. Untertitelung des ZDF, 2020